Familienfreundlichkeit wird groß geschrieben. Wir haben in der Familienhilfe ganz toll eigentlich die Möglichkeit sehr, sehr flexibel zu arbeiten. Wir dürfen sehr viel in Teilzeit arbeiten. Bei uns sind sehr viele Mütter angestellt, die mit sehr wenig Prozenten auch arbeiten dürfen und können und dann sehr, sehr flexible Arbeitszeiten haben und sich ihre Termine zum Beispiel auch selbst legen können und dadurch mit ihren Kindern sehr viel Gestaltungsmöglichkeit haben, was auch die Betreuung angeht.